Die Salasser waren ein Alpenvolk im heutigen Nordwestitalien. Sie waren entweder Kelten oder keltisierte Ligürer und bewohnten das Tal der Doria. Dort fanden sich ergiebige Goldgruben und Goldwäschereien. Nach anfänglichen Schwierigkeiten besiegte der römische Konsul Epius Claudius Pulcher 143 v. Chr. Die Salasser, 100 v. Chr., wurde in ihrem Gebiet die römische Kolonie Eporedia gegründet. Kaiser Augustus schickte 25 v. Chr. Aulus Terentius Varumurena gegen die schon länger sich gegen die römische Herrschaft auflehnenden Salasser. Varumurena vernichtete das ganze Volk 36.000 Personen, davon 8.000 waffenfähige, weitgehend, indem er die überlebenden teils in entfernte Länder verpflanzte, teils in die Sklaverei verkaufte. Die von Südwestgalien nach Italien führenden Alpenpässe waren ab nun gesichert. Später gründete Augustus an der Stelle von Varumurnas Hauptlager während des Salasser-Krieges die römische Kolonie Augusta Pretoria.